Jetzt mach mal für einen Moment lang die Augen zu und stell dir vor, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, ein Jahr lang mühselige Handarbeit und du hast jetzt eine Liste von 2000 Kunden, Kontakte zusammen telefoniert, zusammen gesucht, zusammen recherchiert und hast jetzt eine ellenlange Liste von 2000 Einträgen, eine Excel-Liste. Und dort hast du in einem Feld sämtliche Gesprächsnotizen dir notiert, mit Datum. Plötzlich ruft dich einer von diesen Kunden an oder von diesen Interessenten oder Kontakten ohne Vorwarnung, ruft dich an und fragt dich zu einem Gespräch, das du mit ihm vor zwei Monaten geführt hast. Was für ein Albtraum, dieses riesen Excel-Sheet und du musst jetzt per Fingerschnipp, musst du jetzt das Gespräch finden mit unter von 10.000 unterschiedlichen Gesprächen oder Gesprächsversuchen, die du über das ganze Jahr geführt hast. Ist es nicht ein Albtraum? Und das alles nur, weil du am Anfang dir gesagt hast, ich spare mir die 49 Euro oder die 50 Euro oder die 60 Euro, was auch immer so ein vernünftiges Tool, Marketing-Tool ganz am Anfang gekostet hätte. Wenn ich es von Anfang an genutzt hätte, dann könnte ich jetzt per Fingerschnippen, einfach per zwei Mausklicks genau auf das Gespräch, das ich mal vor zwei, drei Monaten mit diesem besagten Kontakt geführt habe. Und ich wäre sofort spot on, ja, und könnte auf den Menschen eingehen und ihn als Kunden gewinnen. Tja, das, was ich dir hier gerade erzählt habe, ist von meiner eigenen Person, von meiner eigenen Erfahrung. Und ich weiß, per Fakt, da draußen gibt es eine ganze Menge, denen das ergangen ist und ergeht und ergehen wird, weil sie sich am falschen Ende ein paar Euro sparen. Für ein vernünftiges CRM, Customer Relation Management Tool, die Basis, die Basis eines jeden Businesses, einer jeden Selbstständigkeit, die Basis, noch bevor du E-Mail-Marketing-Tool dir anschaffst, noch bevor du irgendwie ein Funnel-Tool dir anschaffst, noch bevor du sonst irgendein Tool dir anschaffst, du brauchst ein CRM und du brauchst ein vernünftiges CRM, kein überteuertes CRM, das alles möglichen kann, was du gar nicht brauchst in deiner Neukundenakquise. Ja, denn du fängst von Null an, du brauchst erst mal Neukunden und telefonierst und recherchierst die zusammen. Und wenn du ein bisschen Kohle hast, kannst du da auch Werbung schalten, aber so weit sind wir noch gar nicht. Mal angenommen, du hast so gut wie Null Geld. Diese 50 Euro für so ein CRM, oder je nachdem für welches CRM du dich entscheidest, es gibt mehrere gute. Ich verlinke dir hier unten ein paar. 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro, völlig egal. Das ist zweimal Kino gehen. Zweimal Kino gehen mit einer fetten Tüte Popcorn. Ach, was heißt fette Tüte Popcorn? Mit einer Kombination Popcorn-Sparpaket. Du und deine Freundin, dann hast du schon mehr als 50 Euro bezahlt. Lächerlich. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, von Anfang an dir das richtige Tool zuzulegen. Wie gesagt, hier unten schaust du dir an, du kannst dich da registrieren bei jedem dieser Tools, kannst dich mindestens für ein paar Tage kostenlos registrieren, dieses Mal anschauen. Das ist wirklich ein gut gemeinter Rat. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und freue mich auf das nächste Video mit dir. Hier oben nicht vergessen, das nächste Video mal reinzuschauen, und hier oben nicht vergessen zu abonnieren, damit du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Und dann verabschiede ich mich, dein Thomas Klein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020